Die Musik, das Musikstück hat eine Zeit und wenn ich diese Zeit erlebe, dann verschwindet die Zeit drumherum. Für die Dauer dieses musikalischen Erlebnisses bin ich dort in der Zeit der Musik. Dann hört die Musik auf und dann klingt sie aus und manchmal bleibt dann einfach ein Eindruck zurück in der Seele oder wo immer das stattfindet, wo das ist, von diesem Erlebnis. Und wenn ich das vergleiche mit der Architektur, die Musik dringt wie irgendwo in meinem Körper, in meinem Geist und die Architektur kann mich auch besänftigen, aber es ist mehr eine Umhüllung. Untertitelung des ZDF, 2020